So, hey Leute, ich lass jetzt mal ein bisschen Dampf ab. Aber richtig Dampf ab. Nein, es geht hier nicht um euch. Es geht einfach nur um YouTube. Alter, YouTube wird immer bekloppter, beschissener und was weiß ich nicht alles. Ey, jetzt werde ich sogar dazu gezwungen, meinen Account mit diesem verdammten Google Plus Account zu verbinden. Ja, zu verbinden, damit ich hier irgendwelchen verdammten Kommentare unter die Videos posten kann. Beziehungsweise drauf antworten kann. Ich demonstriere das eben mal an meinem eigenen Video. Ja, 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 komm. Wenn. Schalt keine Werbung auf deine Videos, die schlotzt sowieso keiner. Hier, ich kann keine Kommentare posten. Es funktioniert einfach nicht. Ja, Kanal-Update erforderlich. Ha, 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 ha. Ich würde jetzt einfach... Ja, ihr seht's. Ähm... Ja. Hm. Und es interess... Ja. Ja, 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 ja. Ist okay. Und jetzt... Ach, ey, komm, mach weg. Mach weg. Ich mach meine tolle Video-Übersicht. Da seht ihr mal, was jetzt die Woche noch kommt. Und... Was? Was willst du denn jetzt von mir? Oder von mir aus auch Kanal-Übersicht? Ey, YouTube kommt auf sein verfickten Leben nicht mehr klar. Ja, auf jeden Fall kann ich euch... Will ich eigentlich mit diesem Video sagen. Äh... Keine Kommentare mehr beantworten. Äh, ich hätte jetzt gar kein Problem damit, mich mit diesem verdammten Google Plus zu verbinden. Auch wenn ich es total hässlich finde. Aber um Kommentare zu schreiben, würde ich es noch machen. Wenn mir mal einer schreibt. Und, äh... Aber ich kann mich nur auf YouTube mit meinem Google Plus Account bewegen. Ich kann mich nicht mit diesem Account, den wir hier gerade sehen, kann ich mich nicht einloggen. Immer wenn ich auf meinen Kanal gehe, steht da... Oh, steht hier ein Kanal? Oder wenn ich auf Abos gehe, oh, schließ Abos ab. Wenn ich auf Videomanager gehe, oh, lad Videos hoch. Alter, ich hab Videos hochgeladen. Und immer wenn ich dann anwähle, ich möchte gern YouTube mit diesem Account hier benutzen. Mit BendeGamer89. Dann geht es entweder nicht oder ich werde einfach aus YouTube rausgeschmissen. Steht dann da oben wieder schön anmelden. Ich hab einfach Probleme damit, mich anzumelden. Alter, äh... Ganz ehrlich, Leute. Wird es eine Alternative zu YouTube geben? Wird es irgendwas geben? Dann würde ich dazu wechseln. Ey, ich hab langsam sowas von die Schnauze voll mit diesem YouTube-Rotz hier. Das ist doch, äh... Was haben die sich jetzt wieder dabei gedacht? Ey, erst dieses hässliche One-Channel-Layout-Pfotzen-Dreck-Scheiß. Ja, du mich auch. Und, äh... Jetzt die Scheiße. Jetzt wird man dazu gezwungen, Google Plus zu haben. Warum? Wieso? Boah! Ey, das regt mich so auf. Geht gar nicht. Ja, auf jeden Fall werde ich das jetzt erst mal bis YouTube das... Oder Google, wer auch immer jetzt dafür zuständig ist, äh... Das irgendwie mal hinkriegt, äh... Dass ich mich auch mit meinem normalen YouTube-Account auf YouTube bewegen kann, ohne dass ich, wenn ich auf Videomanager gehe, dass dann kommt, ja, lad Videos hoch, obwohl ich, äh, 1377 Videos auf YouTube hochgeladen habe. Und ich dann auch mal meine Abos habe, ne, äh... Solange werde ich das dann, äh, jetzt weglassen. Weil so kann ich wenigstens noch mal ein bisschen was auf YouTube machen. Äh... Außer Kommentare schreiben. Daumen hoch geben auf Videos kann ich ja immer noch. Nur Kommentare schreiben geht momentan nicht, ne? Und deshalb, äh, wisst ihr Bescheid. Wenn ihr mir irgendwas Wichtiges sagen wollt, äh... Macht's per PN. Und ansonsten kann ich euch nicht auf die Kommentare antworten. Oder ich antworte euch einfach per PN. Ich weiß es noch nicht. Also, am besten ihr schreibt mir gleich per PN. Lass, lass die Kommentare außen vor. Und, ja, das war's auch schon, ne? Ich werde diesen Uploadplan, den ich mir für diese Woche mal zusammengestellt habe, mal ein bisschen nach hinten rutschen. Damit dieses Video auch hier hochgeladen werden kann. Ja gut, jetzt kommen es mal zwei Videos. Also hier guckt euch Star Wars The Old Republic trotzdem an. Äh, wer sich für interessiert, wird ein langes Projekt. Also, findet euch damit ab, dass das, läuft das Projekt. Ähm, ja, ähm... Ich bin einfach raus. Ich mich jetzt noch weiter aufrege. Bis dahin, Leute.